Ich bin ganz zufrieden mit meinem Def, nur dass das Leder vorne so ein bisschen weggeht. Oh, ja. Wurscht. Achso, da hinten wollt ihr? Gut, dann komm ich zu euch. Ich nicht, wer will. Ich geh mal zu Skills. Müssen gucken, dass wir uns gegenseitig hochreifen, wenn wir auf dem Boden liegen. Aber, ich hab den da aber auch nur so gesehen, ey, als Staub. Also, ich seh ja auch nicht, wenn du auf die Karte und so, seh ja das, ne? Ine mene Mopel, werf aus Popel, ine mene Mek und, oh Mensch, mir ist hab ich kackt doch nicht da. GG. Ich bin ein rücksichtsloser Raufbeut. Den hab ich auch, den hab ich auch am Anfang gespielt. Der ist übel gut. Ja, aber er ist... Frontkämpfer. Ja, ja, ich weiß schon. Vor Amerikaner und Frontkämpfer. Hallo? Ich bin... ...asiatisch schwarz und bin ein Raufbeut. Also... Ach, ja. Ich würd' mal nicht sagen, wie's wir... ...der Quoten... Ja, ist echt klasse. Ach, ich hab schöne Vampir ziehen, ja? Schön spitz. Guck mal. Und ich hab hässliche Augen. Findest du deine Augen hässlich? Ja, wirklich. Wie sieht die weird aus? Der ist dann der Kurzhaarfrisur. Eigentlich hat er ein ganz hübsches Gesicht sogar. Oh, deiner ist kümlich. Err, ah, nee, deiner, sagen sie. Grrrrrr. Okay. Wie ein Kerl, mein Ding. Hey! Hast du was gegen etwas maskulin aussehendere Frauen? Kein Kommentar. Okay. Ich enthalte mich der Stimme. Ich find die Chars sind eigentlich immer ganz nice aus. So, wo seid ihr denn? Können die Quali auch noch höher machen? Ich geh mir direkt mal... Randlos. Nee, ich bin nicht randlos. Ganz am Hausweg auch nicht. Vollbild belegen. PSL mit 60, 90, 120. 144. Let's go. Okay, Skills ist da oben. Oh je, er wird weggerotzt. Oha. Hab nur ne Kackpistel. Was ist er denn? Auf dem Boden rechts neben mir. Ja, der ist aber auf dem Boden rechts neben mir. Du müsstest ihn hochholen. Ich seh ihn zwar, aber... Ja, drüben ist einer. Der kann doch nicht markieren. Was ist denn hier mit einer Kackpistel? Geronimo! Gehst du hin zu dem? Oh shit! Ich hab keine Munition mehr, RIP. Ja, ich muss kurz mal hier... Ich hab keine... Ich kann euch nicht carryen. Ich hab keine Munition. Fug! Ich hab auch keine Muni mehr. Komm her! Oh shit! Ich kann nichts machen ohne Muni. Ich brauch erst nur Muni. Moment, ich versuche euch mal... Ich versuche euch mal gleich hochzuholen. Ist nicht so schlimm, jetzt kann ich noch Einstellung machen. Die hat 140 nicht übernommen. Achso, anwenden. Ja, let's go! Ich versuche grad den Skills zu finden. Fuck! Ehm... 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 Ich kann euch nicht... Ja, du bist bei mir zu Staub zerfallen. Ja, geil! Hört's gut. Geht mal zu. Die FPS Anzeige wäre ganz cool. Mal lurken, ob ihr die nehmt? Ich hab noch keine gefunden. Ich hab euch nur einen Rauch aufgelöst. Ich kann euch aber nicht hochhelfen. Ach, Quick-Using... Switch-Fire-Mode. Das ist natürlich für'n Arsch. Ping! Ach, man kann doch ping'n. Ach, man kann doch ping'n. Ach, man kann doch mal da los. Ey, da hatte ich echt keine Munition mehr, um euch irgendwie hochzuhelfen, ne? War voll nervig. Aber der ist da auch so ungünstig reingelatscht. Fuck! Ich bin da rüber gesprungen und dachte mir... Oh, ouch! Fuck! Oh, ich werd gejagt. Fuck, zieh ich mich? Hm? War das ne Blutkonserve? Da will ich endlich hin. Oh, der verfolgt mich. Der kleine... Wicht. Anti-Aliasing. aus. Eigentlich. Das ist denn blöd. Das soll sehr gut sein. Lichtstrahlen. Ah ja. Ich hab doch auf Vollbild gemacht. Ja, nö. Komm, machen wir nicht. Puh. Hab ich den endlich abgeschüttelt bekommen? Alter. Ist der nervig gewesen. Hat der mich verfolgt? Ja. Machst du mir das jetzt mal bitte, äh... Ich müsste die Tanze da vorne mal fressen. Randlos. Ich will feilbild, Mann, du Knalltüter. Mann, wenn... Ja. Ja. Der PC das nicht so eingestellt, oder was? Nein, randlos. Das ist natürlich für den Arsch. Kann einfach... Kann einfach easy auszupfen. Obwohl, warte mal. Ich bleib bei der. Sonst wäre ich halt Standard, halt auf Mittel. So, ne Mampf, King Kampf. Hallo, wer ist mir jetzt hier? Okay. Ne, bis jetzt sieht's eigentlich ganz nice aus. Es macht ja auch übel Bock. Also so ist es nicht. Und 4-Uno. Mal gucken, ob sie jetzt nicht nur noch verkacken. Das schaffen ja Entwickler sehr oft nach Early Access, das Spiel zu verkacken. Ich bräuchte mal ein Manic kicken, um mich mal hochzuhören, das wäre äußerst nice. Ich bräuchte einfach Alter 4. Hm. Die Alter 4 dich auch gleich mal. Ich bin schon Alter 4 geworden. Oh, sollen wir ein Big gefunden? Null? Was kostet das? Gar nicht, das ist gratis. Game is free for Uno. Game is gratis. Yes, yes. Du kannst hier für 16,3 Gigabyte downloaden. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen dir langsam. Ja. Ja, ich muss aber aus der Zone näher raus. Die Zone am Pups. Ne. Da. Ah, fuck. Ich muss mich halt mal wieder dran gewöhnen, dass... das ist halt eben halt nicht an das Aiming. Ist so ein bisschen weird. Gina, du hast gerade jetzt Zeit. Guck es dir jetzt an. Yes, so. Nimm mal diese Ausreden. Und Friseur zieht auch nicht, da warst du ja gestern. Was? Wo haben die sich er noch versteckt? Wie gesagt, ich fand meinen Produktionsgelder ganz cool. Tonio, willst du nicht Urlaub nehmen vom 23.9.? Wait, what? Easy, Urlaub. Na vor allem, ich bin ja krankgeschrieben bis. Da nächste Woche, ne? Nee, bis dort hab ich mich krankgeschrieben. Dann hat er gesagt, na am Montag brauchst du dich kommen. Machst du einen X-Tag draus. Mit vier Schichten arbeitest du. Dann mach ich halt mal einen X-Tag oder so. Oha. Naja, ich weiß. Au. Oh, jetzt bin ich down. Ich höre den Finish-Punkt. Boah, die haben da gewartet, man. Press-Help-Button ist dann so. Hey, 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 hey. Scheiße. Der Skills-Stay ist aber auch am Anfang da richtig ungünstig reingelatscht, ne? Ja. Ja, das ist hinterher so, wenn man spawnt, ne? So schnell wie möglich looten und dann kannst du rumrotzen. Und wenn du noch irgendwelche Einstellungen machst, dann dauert es noch ein bisschen länger. Na, ich hoffe, du bist jetzt durch mit deinen Einstellungen, damit du jetzt mal länger lebst. Und hallo, Rima. Ja? Vom ersten Mal waren es zehn Sekunden, beim zweiten Mal waren es immerhin fast drei oder vier Minuten. Ja, Fuka ist Zeitmesser gelöscht. Oh. Soll ich den weg? Aber du brauchst ja noch nicht den Zeitmesser. Füge den Spieler Schaden zu. 1128, aber nice. Oder wolltest du unbedingt einen anderen Schar? Äh, dann guck doch mal in deinen Mülleimer. Da müsste er doch noch drunter sein. Wenn ich gelöscht habe, soll der noch in deinem Mülleimer sein, oder? Mein ich. Ansonsten Support anschreiben. Ja, wie kann man hier Coins aufladen? Ah ja, jetzt sieht man es. Ja, dann sag doch mal Gina, deinem Freund, der soll aufstehen. Hast du es schon fertig geklickt, sag mal? Ne, ich muss mir gerade... Oh Gott, das sieht so witzig aus. ...sexy machen. Oh, eine Brille, Alter, natürlich nicht. Pass auf. Hä, wo bist denn du da reingekommen? Ich will da auch rein. Ach, hier bist du. Ja, es geht an Passungen. Oh, ich kann ja auch ganz anders aussehen. Oh, nice. Die ist ja flach wie ein... Äh, hat er nicht gesagt. Ich glaube, ich mache so eine richtige... Guck mal, ich bin voller Streber. Brillen will ich nicht. Emotes. Welle machen. Uh. Okay. Oh. Oh, jetzt hörst du das schnell. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's anders wild. Bubis. Ey, ihr wolltet die Bubis sehen, oder? Soll ich nächstes Mal die Bikini ausrüsten? Den Ziesel-Schmuck so kommen. Ich wollte die Gruppe gerade, aber jetzt sah die nicht so gut aus. Äh, du meinst Kapuzia? Ja, dafür gehst du einfach zur Fuka. Und gehst auf Plaudern. Sollte das angezeigt werden? In der Zeit, wo wir gleich auf Spiele erwarten, nicht mehr ganz schnell Pipi machen. Macht das. Dauert ja sowieso mal 50 Jahre gefühlt. Boah, und da hast du China-Nudeln, hälte ich jetzt auch voll Bock. Was? Hör auf jetzt von Futtern zu, ich bin Schneider, ja. So, Pächer. Burger oder China-Nudeln? Ich hätt doch beides voll Bock. Na, geht los. Äh, okay. Sagt er was vor? Der Lydion? Oder soll ich was vor sagen, weil dann nämlich ich? Alles klar, okay. Komm mal, nichts bei mir, nur der Schmuck zum Aufwerten. Bubis liest sie aber nicht mehr in traurigen Text. Wieso? Bist du noch Zeitmesse ungefähr zwischen 12 und 14 Uhr gelöscht, als ich in den Filmtauschen wollte? Oh. Okay. Ja, ich sehe ja, was du geschrieben hattest, ja. Guck mal, weck mich sexy. Du bist, äh, Omega-Hot. Ja. Ich trauere hier. Es tut mir leid, ich meine, dass du trauerst. Ich gehe jetzt pinkeln. Aber dann natürlich mal wangen. Wer ist er denn? Ich glaube, ich muss auch einen schwarzen Äger nehmen. Und Färbung wäre ja in der Toilette. Haha. Ich habe, ich habe diesmal keiner. Man macht hinne, ich laufe Car-Reiten. Spaß. Ich bin nicht zur Unterhaltung da. Dann kann ich auch meinen eigenen Streamern machen. Nö. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde dafür auch nicht bezahlt. Aber das ist ja dein Anschein. Das ist ja dein Stream. Achso, soll das denn heißen? Du musst die Leute unterhalten, nicht ich. Okay. Hallo. Oh Gott, wie sieht er denn aus? Ja, der Dach tickt mir auch. Also der darstellt. Das sieht ja krank aus. Trinken. Ich würde, dass ich die Flasche aufgemacht habe. Ich mach mit. Ah. Ernsthaft haben wir beide gleichzeitig gemacht. Okay, gut. Ich würde ja jetzt noch rülpsen, aber ich verkneife es mir lieber. Let's go. Das war ein Double-Ass-O-Ware. Oh yeah. Gott. Blut, 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 Blut. Na, ich finde keine Knarren. Was bist du? Das war aber richtig Double-Ass-O-Ware, du. Okay, Lilian ist da hinten. Ja, du zeigst doch, dass wir hier sind. Na denn? Ich wollte mal Modi wechseln. Ähm. Äh, das ist der Vampire. Battle-Royale-Modus. Ich hab ne Schroti. Alter, leck der jener. Holy moly. Der Lilian, oder was? Ja. Ist ja best, wenn wir mal ein bisschen so zusammenbleiben. Hello, time to eat you. Ich passe ein bisschen drauf auf, dass du nicht die falschen frisst, weil sonst enttarnst du dich. Ich hab grad irgendeine Olle-Futter, die mir irgendetwas bekommen kann. Oh, was ist... Äh, doch, ich nehm sie doch. Komm her. Ich war das. Okay. Let's go, das mal weg von der roten... ...beseuchten Zone. Oh, we're made, eh. Hör damit. Okay, ich bin hier bei Lilian und hier ist irgendwo Bollerei. Ich hab mich enthüllt, ich Idiot. Fuck. Funktioniert der Ping? Ja. Oh ja. Ich hab mich enthüllt. Ich hab Scheiße gebaut. Oh, ich guck. Nein, nicht auf die Dings schießen. Nicht auf die Menschen. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was wir machen können. Kein Ding. Da hinten läuft einer. Wo ist denn da hinten? Das ist ein Mensch. Das ist nur das. Hier war ich, das ist nicht. Da bin ich gesnackt, Enttödung ist gleich vorbei bei mir. Bei mir auch, 18 Sekunden. Spritze ich mal jemand. Ich hab hier, ich hab hier, ich hab hier Ping eingestellt. Nichts, dann kannst du hier Ping. Ah, okay, gut. Also ich bin jetzt nicht mehr enthüllt. Ich bin wieder... Weg noch ein bisschen. Nein, nee, ich geh die andere Knappe. Da hinten halt. Ist halt so, oder? Ja, aber da hinten halt. Da hinten im Baum. Ja, wir sind halt im Beifluger. Ah, nehm ich ne Großkaliber? Ja, komm, ich nehm ne Großkaliber. Da hinten ne Konserven, willst du denn nicht? Ich hab welche. Boah, hier ist ne Dings. Ha, ne Flinte, aber... Da muss ich so nah rangehen für. Ich kann Gas schmeißen. Ah, fuck. Ah, die sind oben. Die sind oben, pass auf. Geh erstmal weg, sonst. Ja, verfolg dich. Ja, super. Ja. Boah, die Z-Bitch. Nein, das ist nämlich... Na, geh weg von mir. Gott, noch 16 Sekunden, wenn ich das... Mit Glück verlieb ich das. Noch 9 Sekunden. Boah, ihr ist richtig Partyhard. Ist halt so... Die Spieler zu erkennen, das ist ja nicht passiert. Boah, ich muss mich hier ganz dringend verpissen. Ich stehe die gleich auf. Oder seid ihr down? Tod. Beide. Tod. Fuck. Also, wir kriegen ja noch eine Einstellung, wir müssen rumfummeln. Oh, da habe ich aber Schweigen gehabt. Ich verstecke mich immer bei den Menschen eher. Wenn ich auf dem Boden bin. Ich habe eine Kack-Waffe, weil ich will unbedingt meine andere wieder haben. Da hatte ich sie auch nicht besser. Ich brauche keine Effekte. Hallo, Sascha. Hallo. Das sieht schon mal besser aus. Ich möchte ganz dringend eine andere Waffe haben. Ja, bist du Robin Hotter oder Art? Hm? Die Jüricherin, der in Erzbund. Sieht nur noch 15. So. Oh ja, da hinten ist Rüstung. Ach, jetzt ist dann eine Akimbo-Nuk. Bisschen nur hier anziehen. Bisschen Rüstung. Hast du kleinst wie mir gesagt, du kleiner? Fuck. Ist bestimmt größer als ich. Aber egal. Ja, nice. Cool, dann kann ich dich ja jetzt noch mal grillen oder so. Stimmt. Vielleicht lädt sich den Grill hier auch unter. Ja, warum nicht? Also sonst haben wir früher mal ein bisschen Wo-Zone zusammen hier spielten. Bisschen Wo-Zone. Wo-Zone. War auch mal ganz lustig. Wer ist größer? Von euch beiden? Also ich bin größer als ihr beide auf jeden Fall. Uff. So viel mal dazu. Und ich bin größer als ihr alle drei. Ich bin nicht 1,63. Nee. What the? Ich denke, ich kann Gina dreimal auf den Kopf spucken. Gina ist richtig winzig. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Ist ja... Erst war hier voll Stress und Terror. Luger läuft lang. Ja, ist ja auch nicht los. Ja, ich gucke halt rum, ne, wo die ja alle so sind. Aber ich finde gerade keine Gegner. Au. So viel dazu. Warum gibt's ja eigentlich kein Gulag? Versteh ich nicht. Tja. Da gibt's ja noch einer. Hm, hab gesehen. Wie gesagt, meine Brüste nicht geschnittet. Hier nicht. Warte, die kriegst du jetzt nicht oder nicht? Ich bin dabei, mich zuhören. Ist halt immer schlimm, ne? Wenn man den Chat immer noch selbst mitliest und dennoch mitzockt, wirst man immer nicht wie in die Beine. Ah, hinter mir. Fuck, genau, ich hab dich gesehen. Shit. Oh, wir, wir bessern uns. Scheiße. Scheiße, den... Ja, den hab ich nicht gesehen. Müssen wir hier wohl lauter schreiben. Wie viele sind die gern gesprochen? Zu das dann heißen. Puh, ey. 73 Schaden zugefügt. Alter, sei jener länger. Ja, ich hatte 433 oder so. Ich weiß gar nicht. Ach, das ist eine Konversation unter drei Menschen. Äh, äh, drei Menschen. Unter drei Menschen? Unter zwei kleinen Menschen. Warte mal, ich war doch eigentlich... Eigentlich war ich doch dabei. Ähm... Seh ich nicht.